Stell dir vor, ein Mann kommt zu einer fremden Frau und sagt, ich bin Roman und möchte drei Kinder von dir. Das wird nicht funktionieren. Die große Liebe beginnt mit einem kleinen Kaffee. Und im Business ist es genauso. Viele Netzwerker werden nicht empfohlen, weil die Schwelle für den Anfang noch zu hoch ist. Unternehmen zahlen mir einen Tagessatz von 2500 Euro, weil sie wissen, wie viel Umsatz ein Coaching mit mir bringen wird. Doch mich zu diesem Tagessatz zu empfehlen, schaffen nur die Profis. Und genau aus diesem Grund habe ich Bücher geschrieben. Bücher, die man leicht und einfach empfehlen kann. Und wer diese Bücher gelesen hat, sagt sich, wow, der Roman hat wirklich Ahnung. Und dann wollen sie den nächsten Schritt. Klare Ansage. Diesen Workshop können nicht alle Unternehmer greifen. Bei dem einen passt es, bei dem anderen weniger. Doch die, bei denen es passt, haben genau hier die allergrößten Durchbrüche. Wenn wir deinen Appetizer entwickeln, werden sich deine Empfehlungen eher dreifachen als verdoppeln. Auch dazu ein Praxisbeispiel. Mein Stammkaterer hat eine Testplatte. Wenn ich jemanden habe, der noch nie bei ihm bestellt hat, bekommt er in meinem Namen eine Testplatte geschenkt. Der Kunde freut sich über mein Geschenk. Dabei habe ich gar nichts bezahlt. Und mein Katerer weiß, dass mein Kunde zu 70 Prozent Auszufriedenheit bei ihm wieder bestellen wird und ein Stammkundenwert. Das ist ein super intelligenter Appetizer. Und sowas entwickeln wir in diesem Workshop auch für dich.